Hallo, ich bin Peri Soilu und Du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für meinen Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir haben Dienstag, den Dienstag nach Ostern. Und hier in Hamburg war das Wetter mega verrückt während der Osterzeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch so war. Ich hoffe, ihr hattet schöneres Wetter als hier in Hamburg und habt das Beste aus der symbolisch so völlig schönen Osterzeit gemacht. Also dieses Thema von Wiedergeburt und Erlösung und Aufwachen und wie wir das auf unser eigenes Leben übertragen können, das bewegt mich halt tatsächlich immer während der Osterzeit, obwohl ich natürlich gar nicht religiös erzogen worden bin. Und wenn, dann wäre es ja eine andere Religion als die christliche geworden bei mir mit meinen Wurzeln. Aber ich finde das immer so, so spannend, was für eine Symbolik diese religiösen Feiertage tragen, wenn man aufhört, nur an der Oberfläche zu sein. Wenn man endlich mal versteht, dass die Oberfläche dieses offensichtliche, gerade mal zwei Prozent von dem ausmachen, was wirklich, wirklich die Bedeutung sein könnte von dem, was da ist. Und deshalb finde ich alle möglichen religiösen Feiertage total spannend, wenn man damit in die Tiefe geht und so wirklich aufhört zu sagen, okay, das ist eins zu eins genauso gemeint. Ich nehme das wortwörtlich. Ich glaube, da wird es halt immer etwas verrückt mit uns Menschen, weil wir es zu wortwörtlich nehmen. Und wenn wir dann endlich verstehen, das sind Symbole, das sind Metaphern, wie können wir das noch verstehen? Wie können wir in die Tiefe gehen? Wie können wir da wirklich einen Sinn daraus generieren, außer es eins zu eins zu nehmen und zu sagen, ja genau so war das gemeint. Passiert so viel. Aber das nur nebenbei. Darum geht es ja heute gar nicht. Ich bin wieder froh, dass du hier bist beim Happy Cool Love Podcast an diesem Dienstag mit mir für die nächsten 20 Minuten oder so. Dass wir uns wieder mal aufmachen auf den Weg in die Tiefe, in die Tiefe, in die Tiefe. Das Außen ist nur Ablenkung. Ich glaube, so wirklich, so wirklich verstehen tun wir, wenn wir das Unoffensichtliche betrachten. Und dafür sind wir ja hier zusammen. Heute in Folge 135 möchte ich gern darüber sprechen, dass es nie um uns allein geht. Egal was wir angehen, egal wie sehr unser Ego uns immer wieder sagen will. Und du musst auf das achten und du musst dich noch klären und du musst dies und muss. Und wenn ich schon das Wort muss höre, denke ich, okay, es kann wahrscheinlich nur mein Ego sein, das mich schon wieder irgendwie auspeitschen will, in irgendeine bestimmte Richtung zu gehen. Das Ego, das dreht sich meistens ja auch nur um sich selbst. Und wenn ich hier vom Ego spreche, da ich ja eine Schülerin von Ein Kurs in Wundern bin, nehme ich immer die Definition, die mir Ein Kurs in Wundern gibt. Und Ein Kurs in Wundern sagt, dass das Ego der Anteil in unserem Geist ist, der in Schuld, in Angst und Mangel und in Urteil und in Trennung lebt. Er denkt, er ist ein Körper, identifiziert sich auch nur mit unserem Körper. Und demnach sind wir natürlich getrennt von allen anderen Menschen und müssen Acht darauf geben, dass wir genug bekommen, weil da ist ja nicht genug in der Welt. Und das Lieblingsgefühl des Ego ist auf alle Fälle Schmerz und dahin will es uns immer wieder führen und sagen, dass wir ihm vertrauen sollen, weil er den Plan für uns hat. Hat es natürlich nicht, aber genau dem auf die Schliche zu kommen, dass das Ego überhaupt keinen Plan außer Schmerz für uns hat und völlig abstruse Gedanken und Leid und Angst, dem Plan auf die Schliche zu kommen, dafür gibt es zum Beispiel ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Werk, das uns auf die Wahrheit aufmerksam macht, das uns wieder zurückführt zu einem liebevollen Denksystem. Es ist ein Training für unseren Geist, um von diesem dominanten Denksystem, das auf dem Ego beruht, das derzeit die Welt regiert, welches auf Angst und Mangel beruht, uns davon wieder wegzuholen oder es uns wieder bewusst zu machen, damit wir Stück für Stück ablegen können, damit wir Stück für Stück diese Illusion, die unser Ego für uns erschaffen hat und wir natürlich in Kooperation mit dem Ego, ist nicht, dass es alleine das tut, wir geben ihm die Macht, dass wir Stück für Stück das wieder abbauen, diese ganzen Illusionen, die das Ego und wir in Kooperation mit dem Ego aufgebaut haben, um wieder unserer wahren Natur, der liebevollen Sicht auf die Welt, unser liebevolles Bewusstsein wieder Platz zu machen. Und das ist, was ein Kurs in Wundern uns beibringt, wenn wir denn das so wollen, weil wir haben einen freien Willen, wir können uns auch dagegen entscheiden. Und unsere Funktion, also das Mittel, wodurch wir das erreichen, ist A, dass wir natürlich, natürlich klingt so, ich weiß nicht, ob das natürlich ist, aber vielleicht ist es natürlich, wieder anerkennen, dass wir mehr sind als dieser Körper, dass wir jenseits des Körpers eine wahre Natur haben und auf dieser Ebene, auf diesem Bewusstsein sind wir mit allen anderen vereint. Das heißt, auf dieser anderen Ebene sind wir alle eins und wir erreichen diese andere Ebene, indem wir vergeben, indem wir erkennen, dass das, was das Ego gemacht hat, nicht wahr ist, dass das nur eine Illusion ist und jenseits dieser Illusion ist die Wahrheit. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, mal sehen, ob die 20 Minuten reichen. Also, heute geht es darum, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es einfach nicht nur um uns allein geht. Das ist das, was das Ego uns immer wieder weismachen möchte. Aber bevor ich es vergesse, halt den Gedanken, bevor ich es vergesse, ich habe den Happy Cool Love Podcast beim Deutschen Podcastpreis eingereicht und noch bis zum 18.04. kannst du für meinen Podcast abstimmen. Ich habe unter dieser Folge auf meiner Webseite auf alle Fälle die Seite zur Abstimmung, verlinkt und würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn du für den Happy Cool Love Podcast abstimmst. Das ist so einfach. Du klickst nur den Link und scrollst drunter und dann steht da jetzt Abstimm, da klickst du drauf und schon ist es passiert. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich freue mich über jedes Wunder, das passiert mit diesem Podcast. Genau, das ist alles, was ich noch loswerden wollte. Danke dir für deine Mühe. Also zurück zum Thema. Das Thema, es geht nie um uns allein. Zu allererst habe ich das so richtig für mich durchdrungen, dieses Thema, dass es nie um mich allein geht. Wenn ich an mir arbeite, wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe, die aus dem Inneren herauskommt, die ich umsetzen möchte, dass es dann nie um mich allein geht, habe ich zu allererst für mich so erfasst. Das hat so Klick gemacht, als ich eine Lektion aus einem Kurs in Wundern gelesen habe. Ich glaube, das ist irgendwo in 130, 131 irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Und diese Lektion aus dem Übungsbuch heißt, wenn ich geheilt bin, dann bin ich nicht allein geheilt. Und das war so ein Aha-Moment für mich. Anders kann ich das nicht beschreiben, weil ich dann endlich für mich erfahren habe, Es war wie so ein Reminder, dass alles, was ich tue und gebe, nicht nur mir zugute kommt. Wenn ich mich kläre, wenn ich mich heile, wenn ich meinem Weg folge, wenn ich liebevoller bin, dann tue ich das. Und da habe ich erst mal gedacht, für alle Menschen, mit denen ich verwandt bin, für meine Eltern, für meine Geschwister, für meine Verwandten, für meine Cousins, Cousinen, für meine Tanten und Onkel. Weil wenn du tatsächlich mal den Beobachter einnimmst für deine Sippe, ich nenne das immer meine Sippe, dann merkst du, dass da bestimmte Muster oben aufliegen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das für irgendjemand anders ist. Aber ich bin auch immer willensfalsch zu liegen. Aber ich merke immer, dass es keine Zufälle gibt, wohin wir hineingeboren werden. Es gibt keinen Zufall, dass ich die Wurzeln habe, die ich habe. Und dass meine Sippe bestimmte Wunden auslebt, die meine Sippe einfach auslebt. Und ich kann sagen, hey, der schwarze Peter stoppt mit mir, weil ich das Bewusstsein dafür entwickelt habe, was gesund ist, was liebevoll ist und was aus meinem Ego herauskommt. Und wenn ich das für mich heile, dann habe ich das für meine Ahnen geheilt. Das heißt, meine Eltern, für meine Großeltern, für meine Urgroßeltern und wer auch immer in dieser Kette noch vor mir kam. Ich habe es für mich geheilt und ich heile es für die Zukunft. Ich heile das für die Generationen, die kommen. Ich heile es für meine Nichten, für meine Kinder, für die Kinder meiner Kinder, für die Kinder meiner Nichten und so weiter und so fort. Und ich fand das so krass, diese Erkenntnis zu haben, dass ich auch gar nicht konnte, außer diesem Weg zu folgen, weil ich wusste, ich tue es nicht nur für mich. Und natürlich überkommt einen auch irgendwann dieses Gefühl von wegen, Boah, ey, warum habe ich denn jetzt diese Aufgabe erwischt? Ist das nicht irgendwie krass? Alle anderen sitzen auf dem Hintern und ich darf das mal lösen. Aber ich glaube, weil du es kannst, weil du es kannst. Und die anderen kannst du dazu inspirieren, wenn du anfängst, darüber zu schmollen, dass du vielleicht eine Erkenntnis hattest, die sie noch nicht hatten. Hilft der Welt nicht. Hilft dir nicht. Und dann bist du wieder nur bei dir und dann bist du wieder im Ego. Und wir wollen ja dorthin, dass wir verstehen, es geht nie nur um uns. Unser Leben entwickelt erst wirklich einen Sinn, eine Tiefe, eine Erfüllung, wenn wir verstehen, es gibt ein großes Ganzes, zu dem wir einen sehr wertvollen Beitrag leisten, wenn wir diese Aufgabe annehmen, wenn wir unserer inneren Stimme folgen. Es ist unglaublich, hier in Hamburg schneit es gerade, ne? Es ist völlig verrückt. Na gut, ich gucke nämlich gerade aus dem Fenster, während ich so mit dir rede und es stürmt und schneit. Es ist völlig abstrus. Na gut, ich mache mal weiter. Ich bin in diesem Zusammenhang auch über Tony Robbins gestolpert, weil Tony Robbins oft in seinen Vorträgen ja über diese sechs menschlichen Bedürfnisse spricht, die wir alle gemeinsam haben. Ich weiß nicht, ob er selber mit dieser Theorie der sechs Bedürfnisse sich die selber ausgedacht hat. Ich glaube es fast nicht, aber er erwähnt sie sehr häufig und ich finde, sie sind auch sehr hilfreich. Er unterscheidet die Bedürfnisse in persönliche Bedürfnisse, also so basale Bedürfnisse, Grundbedürfnisse und die Seelenbedürfnisse. Es gibt vier Grundbedürfnisse, die sind nach Sicherheit, nach Abwechslung, nach Anerkennung oder Bedeutsamkeit und nach Liebe und Verbundenheit. Das sind so diese vier Grundbedürfnisse. Und dann gibt es noch zwei Seelenbedürfnisse. Das eine Bedürfnis ist Wachsen. Wir wollen alle wachsen oder zumindest, ja, wir wollen es. Ob wir es alle schaffen, ist eine andere Frage. Ich glaube manchmal eher schlecht als recht. Und wir wollen alle unseren Beitrag zum großen Ganzen leisten. Das ist auch ein Seelenbedürfnis. Er sagt dazu auch, dass wir nicht alle schaffen, diese Seelenbedürfnisse zu erfüllen. Aber wenn wir es schaffen, wir dann erst sagen können, von innen heraus, wir führen ein erfülltes Leben. Und ich bin da ganz bei ihm. Dieses Gefühl von, ich habe eine größere Aufgabe, die nicht nur mein kleines Ich beinhaltet, sondern ich fühle mich so, als wenn da noch was ist, was ich machen kann, was hilfreich und dienlich und schön für diese Welt ist. Wenn ich dem folge, dann fühlt sich das wirklich an, als würde ich etwas Sinnvolles tun. Erst dann hat mein Leben tatsächlich an Tiefe und an Erfülltsein dazugewonnen, in einer Dimension, die ich vorher nicht gespürt habe. Da bin ich ganz bei Tony Robbins. Er sagt ja auch, okay, nicht jeder schafft das. Ich glaube aber, jeder spürt den Ruf. Jeder von uns ohne Ausnahme spürt den Ruf, dass er auch etwas Größeres zu etwas Größerem beitragen darf. Das spürt jeder. Ob er diesem Ruf folgt, ist eine andere Sache. Ein Kurs in Wundern sagt ja auch, alle werden gerufen, aber nur wenige folgen dem Ruf. Ich glaube aber nicht, jeder interessiert sich dafür, diesem Ruf zu folgen, weil wir aus dem Ego heraus immer denken, wir haben Wichtigeres zu tun. Und es hilft immer, da ehrlich mit sich zu sein. Ich glaube, jeder von uns spürt es. Und wenn du hier zuhörst, hast du es mit Sicherheit gespürt. Dann bemerken wir, okay, da ist etwas, vielleicht habe ich dieses Gefühl, ich möchte was Gutes für die Welt tun, ich möchte was Liebevolles. Ich möchte, dass diese Welt liebevoller wird und ich weiß, ich habe meinen Auftrag, ich habe meine Aufgabe in dieser Gleichung. Kommt sofort das Ego und sagt so, ja, wer bist du eigentlich, dass du glaubst, du hast irgendetwas Wichtiges für diese Welt zu tun? Also entspann dich mal. Du hast noch so viel zu erledigen. Guck dich doch mal an, du bist nicht schön genug, du bist nicht klug genug, du bist nicht groß genug, du bist zu alt, du bist zu jung. Deine Traumata sind noch nicht aufgearbeitet. Guck doch mal, was für eine verkorkste Kindheit du hattest. Wer glaubst du denn? Das musst du doch erstmal, du kannst doch nicht ungeklärt versuchen, diese Welt zu retten. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das sagt unser Ego dann. Dann sind wir erstmal in dieser Zweifelmühle und denken so, oh Gott, ja, nee, wer bin ich denn eigentlich, um zu denken, dass ich in diesem Zustand, in dem ich mich befinde, ich bin ja noch gar nicht perfekt, ich bin ja noch gar nicht geklärt, ich habe ja noch 15 Kindheitstraumata aufzuarbeiten und meine verkorksten Eltern und da, da, da. Ja, mich muss erstmal den perfekten Zeitpunkt abwarten. Ich verrate dir jetzt mal was, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt oder jeder Zeitpunkt ist der perfekte Zeitpunkt. Warte nicht, bis du irgendwelche Wunden oder sonst was aufgelöst hast, weil es gibt keinen perfekten Menschen. Alle Menschen, die du bis dato bewunderst, die dich inspirieren, die Großes geleistet haben für diese Welt, die etwas getan haben, wo du denkst, wow, das würde ich auch gern tun, sind keine perfekten Menschen, die haben ihre Fehler, die haben genauso wie du eine Kindheit gehabt, heißt, sie werden auch Kindheitswunden gehabt haben oder haben sie immer noch. Sie haben ihre Unsicherheiten, ihre schwachen Momente, ihre Ego-Momente, all diese Menschen sind nicht die ganze Zeit in ihrem Höheren Selbst. Sie haben aber einfach gesagt, stopp, ich fange jetzt einfach mal an. Ich weiß, dass jeder Moment mir die Möglichkeit gibt, etwas Gutes, etwas Richtiges dieser inneren Stimme zu folgen, die mir sagt, ich habe eine Aufgabe für das große Ganze und ich fange einfach mal an. Ich bin eh auf dem Weg. Dieser Weg hört niemals auf. Er ist nicht endend. Dann kann ich doch auch jetzt einfach mal anfangen. Natürlich habe ich noch was aufzuarbeiten. Natürlich bin ich nicht perfekt. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann ja ehrlich mit mir sein. Ein Kurs in Wundern sagt ja auch, dass wir nicht dazu angestiftet sind, nie wieder einen schlechten Gedanken sozusagen zu haben, einen Gedanken, der nicht pur ist oder nicht vollkommen, sondern keinen schlechten Gedanken oder keinen nicht puren Gedanken, nicht vollkommenen Gedanken, den wir behalten wollen. Sagt nicht, ihr müsst alle total geklärt sein, bevor ihr einen Kurs in Wundern weitergeben dürft. Also dann dürfte ich das hier jetzt auch nicht tun. Aber wie gesagt, der Unterschied zwischen Menschen, die etwas bewegt haben in der Welt und Menschen, die es noch wollen, ist, dass die einfach sagen, hey, ich bin das, was ich bin in diesem Moment. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg, weil ich bin eh auf dem Weg. Ich bin natürlich nicht perfekt, aber ich habe trotzdem dieses Gefühl und diesen inneren Drang, etwas Gutes für das große Ganze zu tun. Also lege ich einfach mal los mit dem ersten Babyschritt. Mehr muss ich gar nicht tun. Und dann schaue ich, was passiert. Unser Ego wird sich immer wieder melden und sagen, oh, du bist noch nicht perfekt. Schau doch mal an, wie verkorkst deine Kindheit war. Das musst du erst mal alles aufarbeiten. Aber ich glaube, wir vergessen, dass wir alle, 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 alle eine Kindheit hatten und alle irgendwelche Wunden in dieser Kindheit zugefügt bekommen haben. Das Gute ist, dass das menschliche System auch wirklich dafür ausgerichtet ist, so ein paar Wunden oder Stolpersteine oder ich nenne es mal Traumata abzupuffern. Es gibt eine normale, normal ist immer ein komisches Wort, ich weiß, aber es gibt ein Spektrum von menschlichem Leid und dafür sind wir alle auch gemacht, es zu transzendieren. Wir können das überwinden. Wir können darüber hinaus wachsen. Wir können das abpuffern. Natürlich gibt es auch Extreme, wo wir sagen müssen, okay, das ist bestimmt anders als bei der Durchschnittserfahrung. Aber die meisten von uns fallen in dieses normale Spektrum. Und alle von uns haben irgendwelche Wunden. Alle von uns dürfen was aufarbeiten und dürfen was heilen und dürfen was transzendieren. Alle von uns. Wie gesagt, die Mehrheit von uns fällt in ein normales Spektrum. Ich weiß, normal ist ein blödes Wort. Ich finde jetzt kein anderes dafür von Leid und Schmerz. Und wir alle haben genug Mittel zur Hand, die uns darüber hinaus helfen können. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, da bin ich ganz bei dir, aber die meisten von uns sind keine Ausnahmen. Wir nutzen das als Ausrede, um einfach nicht zu starten. Und da ist, wo wir ehrlich mit uns sein dürfen. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist auch keine Kritik. Es ist nur ehrlich sein mit sich. Es ist auch kein Grund, sich selbst fertig zu machen. Es ist einfach nur, sei ehrlich mit dir. Ob du deine Wunden ernster nimmst und sie sozusagen zu deinem Fokus machst oder ob du Wunder ernster nimmst und sie zu deinem Fokus machst. Das ist uns überlassen. Wollen wir für immer diesen Ich-bin-nicht-geklärt die Macht über uns geben oder wollen wir sagen, da ist mehr und ich gebe dem die Macht über mich. Da ist eine Wahrheit hinter diesem Ego-Krimskrams und das ist das, was die Macht über mich bekommt, weil ich das in Wirklichkeit bin. Du bist ein Kind Gottes. Das ist mal etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen darf. Ein Kurs in Wundern sagt, ich bin ein Kind Gottes. Und lass das mal in dein Herz sinken. Was bedeutet das eigentlich? Für mich bedeutet das, dass wir genauso machtvoll sind wie Gott. Der einzige Unterschied, sagt ein Kurs in Wundern, zwischen uns und Gott ist, dass Gott uns erschaffen hat, nicht wir ihn, aber wir haben genau das gleiche Potenzial zu kreieren. Und anstelle von zu kreieren oder so Ego-Krimskrams mit dem Kreieren zu machen, wie so, du kannst dein bestes Leben manifestieren, ja, ist nicht wild, ist okay, kann man tun und es kann auch von mir aus so genutzt werden, dass du 18 Autos und 15 Weltreisen und sonst was manifestierst von mir aus, aber ich finde eher, dass das so ein nur um dich geht. Weißt du, wie ich meine, es ist dieses, es geht nur um mich in diesen, wenn ich ein Porsche fahre, dann habe ich das tollste Auto manifestiert oder wenn ich 18 Weltreisen manifestiert habe, dann schaue ich mal, wie ich das Universum als Einkaufsparadies missbrauche. Ich versuche, das so neutral wie möglich zu formulieren, es ist ja auch okay, nur es ist, glaube ich, nicht die höchste Variante, die liebevollste Variante von wie man ko-kreiert. Aber die Variante, die ich hier anführe, ist natürlich nicht so toll für dein Ego, weil es dann nicht nur um dich geht, sondern tatsächlich um etwas Größeres. Offensichtlich nicht so toll für dein Ego, aber sehr, sehr toll für dein wahres Selbst, weil da bist du wirklich glücklich, da steckt tiefes Glück drin, wenn du merkst, ich bin mächtig, ich habe die gleiche Macht zu kreieren wie Gott im Grunde genommen und ich kann das nutzen, um eine liebevollere Version von dieser Welt mit zu kreieren. Natürlich klingt das nicht so reißerisch wie, oh, kreier dein bestes Leben und es geht nur um dich. Willst du wissen, wie du das Universum für dich nutzt? Ja, das klingt natürlich nicht so reißerisch, aber ich glaube halt tatsächlich, auf lange Sicht fahren wir so viel besser, wenn wir uns daran erinnern, wofür wir diese Macht zu kreieren überhaupt bekommen haben oder warum die in uns ist. Wenn du zum Beispiel siehst, dass der Status Quo nicht so liebevoll ist, wie du ihn gern hättest, dann ist das dein Aufruf, dann ist das ein Weckruf zu sagen, okay, ich bin ein machtvoller Co-Kreierer, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll und ich kann meine Macht zu kreieren dafür nutzen, eine schönere, eine bessere, eine liebevollere, eine freudigere Welt zu kreieren und wie sieht das bei mir aus für meinen Fall? Wie kann ich das tun? und halt einfach mal die ersten Schritte zu gehen. Wir sind nicht hier, um den Status Quo immer wieder nochmal durchzukauen, wenn er uns nicht gefällt. Wir sind sozusagen machtvolle Wesen, ein machtvolles Bewusstsein in einer menschlichen Gestalt und wir können, sollen hier kreieren und nicht einfach nur das wiedergeben, was schon da ist, was uns manchmal auch gar nicht passt. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, das ist das, was das Ego gern möchte. Ich glaube, unsere wahre Aufgabe ist tatsächlich, eine Welt zu kreieren, die viel liebevoller ist, viel bewusster ist, viel freundlicher, gütiger als das, was wir gerade erleben. Es ist ja nicht so, dass das in Teilen schon zu sehen ist oder in manchen Menschen oder in manchen Unternehmen. Da ist ja schon was. Das noch größer zu machen, noch mehr Raum einnehmen zu lassen, ist glaube ich, ich glaube wirklich, dass das unsere Aufgabe ist. Falls du denkst, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe keine Aufgabe im Großen und Ganzen und ich bin nicht wichtig für, wie ein Kurs in Wundern sagt, die Erlösung der Welt. Doch bist du, jeder Einzelne von uns ist wichtig und ist, wie sagt ein Kurs in Wundern so schön, wesentlich in Gottes Heilsplan. Heilsplan klingt jetzt mega schräg, ist mir klar. Viele Begrifflichkeiten aus einem Kurs in Wundern klingen erstmal so, was ist damit denn gemeint? Es geht um den Plan der Erlösung. Auf Englisch heißt es Plan for Salvation und im Grunde genommen heißt Erlösung nur zu verstehen, wer du wirklich bist und alle Illusionen von sich zu weisen, die das Ego kreiert hat, um bei der Wahrheit zu landen, die ein Kurs in Wundern so beschreibt, dass wir alle eins sind. Es gibt eine Welt jenseits dieser Welt und dort auf dieser Bewusstseinsebene sind wir alle eins und den Bewusstseinszustand erreichst du durch Vergebung. Ich wiederhole mich so ein bisschen. Das ist Erlösung. Erlösung ist, sich seiner wahren Natur gewahr zu sein. That's it. Da ist nicht mehr. Und unsere wahre Natur, dazu könnten wir uns nochmal zu Gemüte führen, ist vollkommene, perfekte Liebe. Wir sind unschuldig auf dieser anderen Ebene. Wir sind liebevoll, gütig und friedlich auf dieser anderen Ebene. Und aus diesem Bewusstsein die Welt zu betrachten, das ist Erlösung. Und Gottes Plan, weil Gott steht in einem Kurs in Wundern für vollkommene, bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat, ist, dass wir halt wieder zurück zu unserem wahren Bewusstsein finden, dem liebevollen Bewusstsein und so auf die Welt gucken. Das ist Gottes Plan. Alles andere ist Ablenkung. Ob du jetzt 18 Autos manifestierst, ist Ablenkung, ist jetzt weder schlecht noch gut. Das ist bestimmt cool für dich. Du freust dich bestimmt im Augenblick, aber das ist nicht nachhaltiges Glück oder nachhaltiger Frieden. Der kommt nicht aus Dingen, die du im Außen manifestierst. Der kommt aus dir heraus. Und das ist der Unterschied zwischen manifestieren auf der Ebene, wo es nur um Materielles geht oder manifestieren, wo es um ein liebevolles Bewusstsein geht. Glaub dem Ego einfach nicht, dass du noch nicht bereit bist. Wenn du hörst, wenn du in dir eine Stimme vernimmst, die sagt, hey, ich glaube, ich habe eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe in diesem großen Ganzen. Dann vertrau dieser Stimme. Ich sage jetzt nicht, kündige sofort deinen Job oder wander nach Timbuktu aus und gründe dort eine Schule, obwohl wenn das das ist, was du gerade verspürst, dann ist das natürlich auch genial. Was ich aber sage ist, hör auf diese Stimme, ignoriere sie nicht, nimm sie wahr. Und auch wenn es nur fünf Minuten am Tag ist, auch wenn es nur ein kleiner Schritt in die Richtung ist, wie könnte der aussehen? Nimm diese Stimme wahr, weil sie hat eine Bewandtnis und ich glaube, wenn du sie nicht wahrnimmst, dann ist es schwierig, tatsächlich nachhaltig zufrieden und nachhaltig glücklich zu sein, weil du weißt, du bist dir selbst gerade nicht treu. Das spürst du, auch wenn du es nicht aussprichst, auch wenn du es niemandem sagst, auch wenn du es dir selbst gegenüber nicht eingestehst, irgendetwas in dir weißt, da ist was Größeres und dem möchtest du auch gerne Folge leisten. Wenn du dem nicht folgst, ich glaube, dass das wirklich was mit deinem nachhaltigen Glück und mit deiner nachhaltigen Zufriedenheit macht. Ich will kurz zum Abschluss dieser Folge nochmal aus der Lektion 100, aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern uns was vorlesen und dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, diese Folge wird nicht ewig lang, wir werden es gleich mal austesten. Aber ich suche uns mal gerade die Absätze raus, die für heute irgendwie ganz schön passen. Also wir sind auf Seite 180 im Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern und den Titel der Lektion 100 habe ich in dieser Folge schon erwähnt. Er lautet, mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Ich lese uns mal jetzt den dritten Absatz vor, vielleicht auch noch den vierten und dann verabschiede ich mich für heute auch. Danke, dass du hier warst mit mir. Also, es geht los. Du bist tatsächlich wesentlich für Gottes Plan. Ohne deine Freude ist seine Freude unvollständig. Ohne dein Lächeln kann die Welt nicht erlöst werden. Solange du traurig bist, ist das Licht, das Gott selbst zum Mittel bestimmte, die Welt zu erlösen, trüb und glanzlos und niemand lacht, weil jedes Lachen nur ein Echo deines Lachens sein kann. Da sind wir wieder bei diesem, wenn ich geheilt bin, dann bin ich nicht allein geheilt. Wenn du geheilt bist, dann bist du nicht allein geheilt. Das heißt, wenn ich für mich die Tatsache anerkenne, dass ich ein wahres Selbst in mir trage, das liebevoll ist, das perfekt ist, das schuldlos ist und großartig und das wirklich spüre, wenn das in mein Herz gesackt ist und wenn ich das an jemanden weitergeben kann, dann, oder dazu inspirieren kann, vielleicht auch was in die Richtung zu spüren, dann bin ich nicht allein geheilt und das kommt dann wieder zu mir zurück. Immer das, was ich gebe auf dieser Ebene kommt tausendfach zu mir zurück. Du bist tatsächlich wesentlich für Gottes Plan. Genauso wie dein Licht jedes Licht, das im Himmel leuchtet, verstärkt, so ruft deine Freude auf Erden jeden Geist hier auf, seinen Kummer loszulassen und seinen Platz in Gottes Plan neben dir einzunehmen. Die Boten Gottes sind voller Freude und ihre Freude heilt Leid und Verzweiflung. Heute wollen wir versuchen zu verstehen, dass Freude unsere Funktion hier ist. Wenn du traurig bist, ist deine Rolle nicht erfüllt und aller Welt wird dadurch die Freude entzogen, wie dir auch. Du bist heute der Bote Gottes. Du bringst sein Glück zu allen, die du erblickst und sein Frieden zu jedem, der dich anblickt und seine Botschaft in deinem glücklichen Gesicht sieht. So, ich glaube, das war's für heute. Ich bin dir wie immer sehr dankbar, dass du heute hier beim Happy Cool Love Podcast dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Aha-Moment gehabt und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren willst, dann komm doch einfach schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de Ansonsten hören wir zwei uns wieder am Dienstag in einer Woche. Ich freue mich auf dich und pass bis dahin gut auf dich auf. Seine Peri und ne 빠 uns wieder